Hallo Minecraft Freunde! Nein nein, nicht Silke! Nein nein, nicht Silke! Nicht Männer WG! Ähm... Nein, Magic Farm 2. Und wir haben uns hier eine Mülltrue... Truhe hingesetzt. Mülltrue? Wo wir alles reingetan haben, was wir theoretisch nicht brauchen. Wieso schmeißt du ein Gemälde weg? Gemälde nehmen wir mit. Was? Gemälde? Äh, was ist das denn? Das war ein Silnefisch. Und das ist Wasser. Und da oben ist die Hölle los. Ja, äh... Oh Gott, hier ist ja wirklich die Hölle los. Leute, lasst uns mal weiter hier runter gehen. Ganz schön feucht in der Hölle. Na, Metas, wir müssen erstmal da oben das Dreck wegkriegen. Äh... Die kommen runter. Ja, da würde ich sagen, wir machen uns an einer anderen Stelle nach oben. Mhm. Soll ich hier mal wieder einen Stein reinsetzen? So. Irgendwo, wo nicht so feucht ist, ups. So. Das sagt sich so leicht. Dann, äh... Haha. Ich werde weggespült. Nee, das bringt's nicht. So. Nee, was hast du noch Essen übrig? Hm, ich hätte noch... Äh, um die 40. Äh, Essen raus. Warte, warte, kann ich dir geben? Äh... Komm mal, ich geb dir ein Stack Fleisch. Echt? Danke. Wo bist du? Da, äh, unten. Ähm, Theo hat's eingesammelt. Im Theo ist drin. Hm. Theo, du fress Raupe. So. Hm. Bauen wir uns hier mal langsam hoch. So. Das heißt, da mach ich mal zu. Dass ich jetzt nicht gleich... Da, ich wünsch dir viel Spaß. Ich schau mal nach unten. Oh, da unten ist alles voll mit Spinnenweben. Das ist... Kein gutes Zeichen. Ja. Ja. Aber... Nee, das ist mit seiner tiefen Stimme. Ja. Sinnerz. Ah, da. Ähm, okay. So nicht. So. Dann... Oh, da sind sie. Da sind sie. Die ganzen... Zombies. Kommt näher. Komm. Komm her. Ja, ja, ich weiß, du willst mich. Hol mich doch. Komm her. Äh. Meters. Meters. Ah, Duffy geht da weg. Ich kann den sonst nicht abbauen. Ich wollte den auch gerade abbauen. So, warte mal. So, warte mal. Dann machen wir mal so. So. Ja, das wäre wahrscheinlich hilfreich. Nein, wärs nicht. Weil sonst kommen die hoch zu Meters. Warte mal, hier oben machen wir mal. Das wollen wir ja nicht. Mhm. So. Hier kann ich schön hauen. Hier kann ich schön hauen. Hier kann ich schön hauen. Ja, ja. Na, ich komm nicht hin. Weil hier... Das schöne ist, hier oben können Sie mir nichts bitte das Wasser nicht weg machen. Nein, aber sag mir, wenn ich's weg machen kann. So. Hier können wir sie in aller Ruhe weghauen. Hilfe. Dauert zwar ein bisschen länger, aber so können sie uns wenigstens nicht hauen. Äh, darf ich doch auch sie als weg von mir. Ja. Den Spawner hab ich übrigens schon abgebaut. Dann geh ich in die Ecke hier. Ist das besser? Äh, nein. Das äußerst ungewöhnlichste war Yamami jetzt. Ach. So. Naja, das sind ihr gleich tot. Also die Dinger hier. Mann und ich muss schon wieder essen. So, jetzt können wir das Wasser stoppen. Nein. Ich bin erstmal wieder essen. Na, 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 na. Na, 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 na. Was? Pigex Booster. Was?! Pigex Booster hab ich hier gefunden. 8 Meter. Das ist ein Skelett Kopf. Da steht Mining, plus 1 Mining Level. Ja, für welche Materialien? Äh, das, äh, weiß ich nicht. Äh, Iguana Tweaks for Twinkies Cup. Kupfer. Aha. Toll. Das ist das, was man braucht, um das erste Mal Eisen abzubauen. Lass mal hier. Halt, warte mal, ich hab da noch was. Wir sind schon ein bisschen weiter. Ich hab jetzt gerade einen riesen Haufen Silberfische und Spinnen mit hochgebracht. Okay. Ich geh wieder nach unten. Jo. Wollen wir die Gräber, die hier sind, nicht plündern? Äh, können wir theoretisch auch machen, aber dann brauchen wir wieder viele Truhen. Gut, dann guck mal erstmal nach unten. Und ich muss sagen, ich hab bisher in den Gräbern eigentlich noch nicht wirklich irgendwas Sinnvolles gefunden. Ich hab einiges schon gefunden. Ja, manchmal findest du wirklich volle Sachen. Also Diamanten und Diamantenharnische und Diamantspitze. Warte mal, hier ist, äh, Spinne, Spinne, Spinne. Speeder, Speeder. Speeder, Speeder, genau. Links, rechts, geradeaus. Ich mach jetzt erstmal hier. So. Ihr müsst erstmal die Spawner wegkriegen. Genau. Und die haben, äh, äh, dafür die sitzen eher in der Mitte, weil du so am Rand wegbaust. Naja, ich findest dann eh blöd, wenn du nur, ähm, einen breit hast. Und darf ich, könntest du mir mal, äh, könntest du mir mal ein besseres Schwert dann später machen? Juck, mach ich. Weil das Schwert, äh, ist mir echt zu langsam. Okay. Meinst du, ist recht flott, aber es ist fast kaputt? Das ist haupt wie eine Schlaftablette. Womit repariert man das? Womit repariert man das? Ich glaub, das geht, wenn du Steuerung drauf drückst, dann siehst du aus, was das ist. Iron. Jetzt ist dunkel. Ich brauch Iron. Also, ich... Ah, Scheibenkleister, was kommt denn da alles raus? Keine Ahnung, ähm, hast du kaputt gemacht, ne? Ja, aber ich seh jetzt kaum was. Ich hab Blindness und Weakness und alles. Ja, hauptsache, hauptsache du und nicht ich. Ja, schön, danke, toll. Tio, gut. Alles klar. Es war auf jeden Fall, äh, nicht so ein glücklicher Potion. So. Hau mal die auch noch was auf die Mütze. Mann, wie lange hält denn das noch an? Normal sollte es nicht allzu lange anhalten. Mh, dürfte bald vorbei sein. So, ich bin hier mal ein paar auf. Jo, bin ich auch klar dabei. Da ist nix, nix, nix. Okay, ich würde sagen, haben wir alles, oder? Jo. Yeah. Was? Rasse Schwinnenwebe. Selbst meine Truhe hat den Effekt. Binnenwebe. Das ist schön. Hat die Effektpartikel drauf. Und ich hab ne Pressureplate. Okay. Oh, oh, hier ist ein Eisenbüsch. Eisenbüsch. Brauchen wir einen Eisenbüsch? Ne, ein Zinnbeeren. Haben wir Zinnbeerenbüsche? Äh, wüsste ich jetzt nicht. Mich wüsste auch nicht. Nimm, nimm einfach mit. Bei keinem kann es nicht sein. Ah, diese Endermänner laufen mir direkt immer da rein, wo ich abbauen will. Ja, ist immer ungünstig, ne? Hm. Was ist das denn für einer? Ein Altbier oder so ähnlich. Altbier? Ihr dürft euch mit den Dingern klopfen. So. Jo, wollte ich schon immer mal machen. Weiß, deswegen überlasse ich dir die Arbeit. Danke. Ah, Mann. Schon wieder häng ich dir noch ein Spinnennetz. Ja, die Nerven, ne? Mhm. Mit meinem Schwert dauert es nur so lange, die abzubauen. Geht zwar schneller als ich mit der Hand habe, aber es traut trotzdem. Und mein Schwert so langsam haut. Das ist doof. Oh Mann, ich hab'n Langschwert, damit kann ich mich so wegspringen. Und ich kann nur zurückspringen. Na, ich hab'n Breitschwert. Ja, ich hab'n Hackmesser. Ich hab'n Hackmesser. So, warte mal, wo geht's denn hier weiter? Hier drüben. Hier lang. Nein, hier. Da, hier. Hier, hier. Da war ich schon, da geht's nicht weit. Da geht's nicht weit? Hier geht's weit, wo ich grad lang lauf. Gut. Dann. Hinder. Kommt schnell und rettet mich vor bösen Dingern. Hast du doch gerade selber gekillt. Ja, aber ich... Ist das so richtig schöne Minenschaft. Oh Mann, diese Spinnenweben. Okay. Ich mach' hier überall mal ein bisschen helle. Hilfe. Gelle. So, und was haben wir hier? Goldstiefel, äh. Alles Quatsch. Wie viel hält denn der aus? Oh, ich verhungere! Alter Schöne. Schlecht. Wieso halten die Zombies so viel aus? Äh, keine Ahnung. Das sind, äh, stabile Zombies. So. So kann man's auch nennen. So, hier. Den geben wir allen eins, dann fangen sie mich schon mal an zu brennen. Wenn wir das nächste Mal sehen, dann sterben sie. Oh Mann. Jedes Mal kurz bevor sie hin sind, sparten sie sich weg. Oh, da unten liegt Redstone. Aber keinesfalls die Decke angraben, da sind mich Lava. Okay, das könnte böse enden. So. Eigentlich sind die Spawner immer an derselben Stelle. Äh, was? Plagg-Zombie? Ein Plagg-Zombie? Was ist das denn bitte? Also Plagg ist... Steht nur ein Zombie bei mir. ...Krankheit, Epidemie. Ja, 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 ja. Da gibt ihr wahrscheinlich irgendeinen Effekt. Ich hab hier ganz böse Zombies. Ich hab hier ganz böse Zombies. Die sind gefährlich. Die machen Auer. Mann, wieso haltet ihr so viel aus? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die sind echt übel. Der eine hier ist heilend. Das ist ein heiler Zombie. Der hilft den anderen. Ach, deshalb. Wo bist du heiler Zombie? Ah, hier sind so viele. Hier sind so viele. Hilft mir. Das ist der mit den rosanen Blubbeln. Ja, schön, dass sie rosa Blubbeln sind. Ich kann sie nicht töten. Einer ist weniger. So. Und irgendwo muss die Spawner sein. Die sind nicht vor mir in der Nase, sonst treff ich die nicht. Hallo? Ja, würde ich gerne, aber ich werde immer wieder zurückgekickt. So, jetzt geh ich mal in die andere Richtung. So, der ist das. Das ist der heiler Zombie. Nein, es gibt hier schon, ich habe schon drei getötet. Die meisten hier von seinen heiler Zombies. Echt, das ist ja übel. Die heilen sich übrigens auch selbst recht schnell. Ah, wie wär's, wenn wir den Spawner da oben abbauen? Wo ist denn der? Oben, hier ist ein normales Dungeon mit reingebaut. Ah, Hilfe! Und einer mit Dunkel und Vergiftung. Und ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, ich auch, ich auch. Ich muss da... Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich muss mal weggehen. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, mach, PSR 200 wurde von Zombie erschlagen. In Holz komm sammelt Fleisch, ich will ein Zeug ein. Mein Theo auch. Ich bin auch tot. Aber meine Rucksack bin ich da nicht mehr rein. Wiederbeleben. So, und ich gehe jetzt zurück zu meinem Todespunkt. Ich auch. Weil ich will meine Sachen wieder haben. Ich nehme mir noch ein paar Steine mit, um das wenigstens einigermaßen ein bisschen einzubauen. Halt, ey, bleib hier. Ey. Ist wohl hier getroffen. Also, irgendjemand ist hier gestorben und für den hat es kein Grab gebaut. Bitte, bitte, bitte. Wahrscheinlich ich. Meins war das. Ja, warte, 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 warte. Nein, das war meins, ja, mal. Gibst dir ja heil schon. Da, 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 da. Das Grab ist übrigens auch noch deins. Im Grab. Oder in dein Theo. Ähm, ja, das Grab, wie soll ich denn das jetzt auch mal nicht? Ah, das Grab war von mir. Mit der Hand lange buddeln. Metos, Grab ist meins. Was, das hier? Ja. Mach mal Rechtsklick auf den Grabstein. Äh. Okay. Links neben dir ist deins. Okay. So, dann geh ich mal hier kurz weg, damit ich nicht deine Sachen einsammle. Ja, da muss ich hin. So. Äh, wo ist denn mein Holzkopf? Keine Ahnung. Ah, jetzt aber brennt schön. Oh gut. Ja, jetzt schön warm. Hast du alles? Ich bin mir noch nicht sicher. Warte, warte, warte. Ah, ah, ah. Jetzt packe ich an meinen Grabstein fest. Toll. So, und wieso habe ich auf einmal zwei Rucksäcke? Hilfe, es geht wieder los. Okay. Kann es sein, dass der von mir auch noch da irgendwas mit reingesetzt hat? Äh, theoretisch nein. Ey. Hm. Ey. Ja, das ist mein Grabstein, ich weiß. Geh mal kurz weg, Holzkopf. Ähm. Da ist mein Hackmesser. Ich habe den Spawner jedenfalls gefunden. Da ist oben, in der Ecke von diesem Raum, wo die vier Feuer standen, in dieser Kreuzung. Wo? Da ist ein normales Dungeon. Komm mit. Okay. Dann brauchen wir den nämlich abgeschossen. Was war das denn? Mich in Lava fällen. Ja, das war gerade abortig knapp. Hier sind noch mehr Zombies. Das war gerade unglaublich knapp. Vor allem da kriege ich kein Feuer, äh, kein Schaden im Feuer. Aber das für ein Zombie. Äh. 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 Äh, ich, man, das gibt's doch nicht. Der eine, der eine Zombie hat einen angeraten, der schmeißt einen durch die Gegend. Äh, wir können nichts machen hier. Das ist ja das Schlimme noch dabei. Äh. Äh. Ey, der eine Zombie ist der böse gemein. Der hat einen angeruten, der schmeißt einen Lava. Äh. Äh. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht mehr mein Grabstein abbauen. Äh. Äh. Das wollte ich erstmal gucken. Ich bin gleich wieder tot, aber ich will nicht in Lava sterben. Das verbrennt nämlich die Hälfte. Das ist hier. Federfall, na toll. Äh. Nein, 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 nein. Aber normalerweise, wenn es sich ein Grabstein gebildet hat, kannst du die... Da geht uns, da fühlt sich aber nicht alles rein. Ein Grabstein ist wie so ein kleines Ding. Aber was? Gibt's ja nicht. Da. Da, einer weg. Der Rucksack war übrigens, glaube ich, meiner. Weil meiner ist jetzt nicht mehr da, okay? So, du kommst jetzt erstmal nicht hier hoch, hoffe ich. Welche Schwierigkeitsgrad ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich heftig. Äh. Das, warte. Normal. Der hat das auf normal gestellt. Äh, keine Ahnung, ich war es nicht. Das war mal easy. Ich auch nicht. Äh, warte mal. Dann stell es doch mal um. Zertus Quarz, brauchen wir doch. So, ist auf einfach. So. Alter Schwede, die haben aber Übelts, ne? Ja. La, 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 la. M-Weg.de Latest. So, jetzt, äh, trauen wir uns mal wieder zurück. Hilfe. Da ist der Zombie wieder mit den Haken. Warte, ich komme. Äh, ja, ich bin auch am sterben. Und ich bin am brennen. Ich bin sterben. Äh, ich nehme halt dein Marty mit, weil der kommt nämlich da nicht raus. Mhm. So, wo bist du? Alter. Ich bin in Lava. Der Zombie hat dein Schwert. Weißt du, wie ungünstig das für uns alle ist? Ja. Wieso sind wir jetzt alle hier? Weil ich hier war. Wieso stirbt der nicht in Lava? Ich sterbe in Lava. Weil der ist ein Heiler-Zombie. Der heilt das Zeug. Und jetzt ist alles weg. Mann, wie dumm bin ich denn? Da hat kein Grabstein gemacht. Da hat kein Grabstein gemacht. Warte mal. Erst mal ein bisschen Platz für uns machen. Das ist nämlich äußerst ungünstig hier. Ich bin hier raus. Ich bin hier weg. Meters. Wir müssen hier weg. Wie lange nehmen wir überhaupt schon auf? Das ist doch schon lange. Ich habe keine Ahnung. Oh, Theo ist auch hier. Nehmen wir auch mit. Gut. Äh. 15 Minuten nehmen wir auf. Ich habe dir Mann gefunden. 50. 15. Sind das 50? So, was haben wir denn hier? Lappes. Lappes brauchen wir nicht unbedingt. Das ist ja schon wieder so ein blöder Zombie. Die hängen alle in der Lava fest. Das heißt, die Kohle brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. Holz, komm, was hast du? Na, warte, das ist ja voll. Also jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen Luft holen. Nö, doch, der hat mein Schert nicht mit. Mein Schert ist verbrannt. Nein, ich hab's. Manns? Hast du ein Breitschwert? Nein, ein Breitschwert war ich. Dann ist das Daphys Schwert. Äh. Wo seid ihr alle? Ne. Ich hab's nicht. Aber ich glaube, von mir ist der Rest so ziemlich verbrannt. Mithos, sonst setze ich den heiligen Eichensetz legen. Ne, das bringt's nicht. Mithos, Mithos. Braucht einer von euch einen Rucksack? Ich hab einen Rucksack. Ja, das war meiner. Oh, Daphys, kannst du das nicht mit? Können wir nicht hier weg? Warte, ich geb dir deinen Rucksack rein, Daphys. Ähm, sollten wir wieder nach Hause? Nein, ich wette, weißt du was, Mithos? Ich geh zum Baum. So. Ich hab mich jetzt zum Wegpunkt Baum teleportiert. Hier setze ich jetzt den heiligen Eichensetz legen. Ja, wir zugucken. Oh, warte, 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 warte. Ähm, Slash, TP. TP. Yamaha, PSR 200. Jo. Okay, gut. Holzkorb? Ach, hier bist du. Gut, wir sollten aber weit genug weg sein, ne? Ja, also das ist ewig weit weg. Das sind ein paar tausend Blöcke weit. Nein, wir sollten weg sein. Wir. So schnell wird er aber nicht von alleine, oder? Was für ein Setzling ist denn das? Ein heiliger Eichenbaum-Setzling. Sind es diese ewig riesigen? Ich glaub, das ist so ein ewig riesiger. Ich könnte nicht aber auch... Äh, das könnte auch sein, dass der bis zu unserem, äh, Haus hinkommt. Nein, kommt doch nicht. Da sind wir mehr als tausend Blöcke weg. Okay, nee, da kommt doch nicht hin. Dann setz ihn. Ab ihn, gesetzt. Wo? Dort drüben. Ach, da. Dann sollten wir jetzt auch mal ein bisschen weg, nicht, dass wir... Warte, ich geh hin und helf mit Knochenmehl nach. Ja, genau, mach das. Und ich arbeite uns dann frei. Ah. Oh. Äh, was? Das war... Das war ein kleiner. Das war's? Ja, das ist ein kleiner. Was war denn diese riesige? Ähm, du hast einen, äh, heiligen Eichen-Setzling oder sowas gehabt, ne? Ja, was war denn der andere? Das andere war der heilige Setzling. Einfach nur heiliger Setzling? Einfach nur heiliger Setzling, ja. Das... Der ist... Der ist harmlos. Ich hab mir jetzt schon irgendwas gedacht. Nee, das ist der kleine noch. Mhm. Ich glaub, den großen kann man gar nicht finden, oder? Nee, nee, das ist... Es gibt... Nur, es gibt einen heiligen Setzling, einen heiligen Eichen-Setzling und einen heiligen Gummibaum-Setzling. Den heiligen... Gummibaum. Der heilige Gummibaum-Setzling ist der. Sicher? Ja. Der überspannt einige Biome. Okay. Und bringt teilweise die Welt zum Abstürzen. Ähm, ja, teilweise. Also, das... Wollen wir uns den Spaß mal erlauben? Nein. Nee, 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 das finden wir auch schon. Normal nicht. Doch, den finden wir nochmal. Den gibt's nochmal in diesen Kisten. In den Gräbern gibt's den. Sicher? Ja, ganz sicher. Da hab ich ins letzte Mal drei gefunden. Die durfte ich nun nicht setzen. Hast du mir verboten? Gut. Also, äh... Haben wir die noch? Nein, das war nicht hier in diesem Let's Play. Achso. Das war, als wir geguckt haben, wie wir Eisen gekriegt. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Friedhof und machen in der nächsten Folge dort weiter. Dann decken wir ja noch was. Metas, hast du meine Breitachs gesehen? Da kann ich das hier in einem Zug abbauen. Äh... Nein? Mhm. Kann jemand kurz nach Hause gehen? Dann ist sie da in irgendeiner Ruhe. Ich muss eh, äh... Achso, braucht einer von euch einen Rucksack? Ja, meiner war das. Äh, wo bist denn du? Äh, jetzt bin ich wieder da. Ähm... Metas, Metas, Metas? Wo? Da, bleib stehen! Ich bin jetzt... Okay. Ich stehe... Ach, da hinten. Auf der anderen Seite des Baums. So, warte, 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 warte. Kann jemand kurz nach Hause? Ich will dahin. Das Rucksack. Ja, äh... Nein, kann ich nicht. Weil, hab ich keine Ahnung. Warte, du kriegst noch das Schwert wieder. Ja, denn in Home beim Haus. Du hast mir das Schwert schon gegeben. Ach, hab ich schon. Gut. Okay, wer von euch hat denn ein Home beim Haus? Ich? Ich muss da eh hin, um, äh... Dann, nimm mich mit, nimm mich mit. Teleportier dich zu mir. Ich tippe, Yama, Duffi. Und ich tippe mich zu Yama. Okay, Leute, wir sind wieder zu Hause. War ja echt spannend. Wir haben mehr verloren, als wir bekommen haben. Ja, und das, was wir bekommen haben, haben wir auch wieder verloren. Äh, nein, nicht alles. Warum, das meiste? Wenn wir einen Villager-Zombie finden, ich kann den zu einem normalen Villager machen, ne? Äh, ich habe deinen, deinen, ähm, deinen Martin gerettet. Ja. Äh, wo bist denn du? Weil, den musst du sitzen. In meinem Zimmer. Das läuft bei mir hinterher. Dein Zimmer? Hier. Dein Martin. Ja, Breitachs. Danke. Nee, das ist Theo. Äh? Äh, ich glaube. Warte. Dann, äh... Austausch. Danke. Jo. Danke. Ähm, warte. Das ist Martin. So, und da ist ein Schwert drin. Setz dich drum mal hin. Danke. Warte, da ist ein Schwert drin. Das gehört nämlich Yama. Mhm. Yama, dein Schwert ist da. Ohne Diapick-Ex. Wo bist du? Ich bin in der Werkhalle. Ich mach mir grad ne neue Dingens. Wir brauchen noch einiges wieder zurück. Gut, äh, und aber weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, für euch war's diesmal auch so spannend wie für uns. Wir sind gestorben. Ja, und wir haben geschwitzt ohne Ende. Na, das hast nur du. Ja, könnte auch daran liegen, dass hier, ähm, dass hier der Dach... Boden, äh, nicht weit entfernt ist, sozusagen, ne? Ja, da wohne ich. Hier staut sich die Gärme ganz schön. Okay, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ciao.